Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, Kollege Luxitsch, wenn ich Sie gerade gehört habe, habe ich mich schon gefragt. Aktuelle Stunde zu kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr. Und da haben Sie angeführt und haben gesagt, eigentlich wollen Sie doch über das Vertragsverletzungsverfahren sprechen. Warum haben Sie dann das nicht beantragt? Aber das ist der erste Punkt, der mir auffällt. Und der zweite, deshalb will ich mich nachher über diesen öffentlichen Nahverkehr konzentrieren, der zweite, haben Sie den ja im Bauschenbogen weggewischt, was ich dem Grunde nach, wenn man es so pauschal sieht, durchaus auch so sehe. Dann wundert es mich, dass gerade die FDP hier in Berlin die einzigsten sind, die sich dafür hier in der Stadt einsetzt. Und auch, ich glaube, in Osnabrück, auch die FDP vorne dran ist, die so etwas fordert. Aber das ist dann Ihr Problem. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns doch zum Thema kommen, wie es beantragt wurde. Ein Freifahrtschein für alle und immer, das klingt durchaus nach Schlaraffenland. Und deshalb sollte es auch keinen verwundern, dass es nichts anderes ist als Utopie. In der Realität kann ein uneingeschränkt kostenloser ÖPNV jederzeit überall nicht finanziert werden und ist auch nicht beabsichtigt. Der Verband kommunaler Unternehmen rechnet hoch. 13 Milliarden Euro müssten wir dafür jedes Jahr Minimum einsetzen. Und ich glaube, wichtig ist es, dass, nachdem sich die Wogen der Nebel um dieses Thema jetzt geglättet haben, wir die Möglichkeit haben, die Diskussion um verschiedene Möglichkeiten, wie wir die Schadstoffbelastung in unseren Städten reduzieren können, nun besonnen führen können. In Ihrem Brief an die EU-Kommission hat die Bundesregierung am 11. Februar einen Katalog der Möglichkeiten oder Werkzeuge für den Instrumentenkasten, die zusammen mit den Ländern und Kommunen diskutiert werden oder auch schon umgesetzt werden, werden zusätzlich eingebracht. Und dazu gehört auch die Frage, wie man möglichst viele Autofahrer dazu animieren kann, auf den ÖPNV umzusteigen, um die Abgasbelastung aus dem Individualverkehr zu reduzieren. Und dass in diesem Zusammenhang ein generell kostenloser ÖPNV nicht finanzierbar ist und womöglich sogar zu unerwünschten Effekten führen kann, haben solche Versuche in Städten, wo das schon ausprobiert wurde, gezeigt. Im brandenburgischen Templin zum Beispiel konnte man das Ganze nach fünf Jahren nicht mehr finanzieren, musste das Projekt beenden. In der estnischen Hauptstadt Tallinn hat der kostenlose ÖPNV beispielsweise dazu geführt, dass plötzlich vermehrt Fußgänger und Radfahrer auch noch alle in die Busse eingestiegen sind und das System an den Rand kam. Auch das ist widersinnig, weil wir wollen ja nicht nur das Bus- und Bahnfahren, sondern auch das Radfahren fördern. Aber ein kostenloser ÖPNV an einzelnen bestimmten Tagen mit hoher Schadstoffbelastung könnte eine Variante sein, die vielleicht die eine oder andere Stadt umsetzen möchte. Ich glaube, es ist ein wichtiger Baustein, der dazu führt, und das können wir, glaube ich, auch in unserer Landeshauptstadt in Stuttgart sehen, wo die Werte ja die letzten Jahre kontinuierlich zurückgehen, dass diese verbilligten Tickets, die man angeboten hat, eine Möglichkeit waren. Und wenn dann die Maßnahmen aus dem Sofortprogramm Saubere Luft noch dazukommen, werden sich die Werte sicherlich noch weiter verbessern. Und ich finde es richtig, dass wir den Kommunen mehrere unterschiedliche Maßnahmen zum Testen an die Hand geben, um die Innenstädte, die Luft in den Innenstädten zu verbessern, ohne dass man Fahrverbote aussprechen muss. Wir setzen lieber auf eine Politik, in der Kommunen gute Ideen gefördert werden und wir auf die Vernunft der Bevölkerung setzen, als sie mit Verboten zu drangsalieren. Und weil aber jede Stadt, jede Gemeinde anders ist, ist es richtig, dass die Bundesregierung vorschlägt, zunächst in fünf Modellstädten mit unterschiedlichen Ausgangslagen hinsichtlich Einwohnerzahl, Schadstoffbelastungen, Verkehrssituation etc. einen auszuloten, was richtig ist. Und welche Maßnahmen dann auch konkret Erfolg versprechen, das mag in Essen anders sein als bei mir in Reutlingen im Wahlkreis in der Lederstraße. Und deshalb begrüße ich es, dass die Bundesregierung in ihrem Schreiben ein ganzes Bündel an Maßnahmen vorschlägt. Jetzt muss der Umweltkommissar in Brüssel dies prüfen und rückmelden, ob es ein gangbarer Weg ist. Und dann bin ich mir sicher, dass diese Modellstädte dann, wie beispielsweise Reutlingen, zusammen mit Bund und Land ein innovatives Konzept erarbeiten werden. Da kann dann auch ein kostenloser Nahverkehr an Tagen mit hoher Belastung dazugehören. Muss es aber nicht. Man muss es auf jeden Fall genau prüfen, damit wir weniger Pkw-Verkehr bekommen, ohne dass wir gleichzeitig dem ÖPNV schaden. Im Gegenteil. Vielen Dank. Das Wort hat die Abgeordnete Kirsten Lühmann für die SPD-Fraktion. Das Wort hat die Abgeordnete Kirsten Lühmann für die Abgeordnete Kirsten Lühmann für die SPD-Fraktion.